Jo, hallo Leute, euer Amnesty ist wieder am Start. Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wieder mal Black Ops 2. Ich hoffe ich schaffe es bisschen mehr davon zu bringen, weil zeitlich ist das immer bei mir so ein Problem. Aber generell muss das Spiel auch mal wieder öfter auf meinem Kanal gezeigt werden. Heute dabei haben wir einmal den Hamoudi, Hallo. It's Hardstyle. Hallo. Pabstyskater. Hallo. Dance-Raumdreher. Hallo. Und X-German-Player. Hallo. Genau und wir machen jetzt eine neue Serie, die ich mir ausgedacht habe. Und zwar nennt die sich, ja ich denke mal Black Ops 2 Challenge-Time mit Abonnenten. Also kurz gefasst CMA. Und darum geht es, wir haben alle die gleiche Klasse gemacht. Die Klasse habe ich jetzt vorgegeben. Wir fangen einfach mal mit einer einfachen Klasse, sage ich jetzt mal an. Modus wird sein Team Deathmatch. Wir zocken alle mit der gleichen Klasse. Wenn wir gewinnen, ist das natürlich super. Aber der Vordergrund ist halt, wer macht mit dieser Klasse die meisten Kills in dieser einen Runde Team Deathmatch. Eine Episode besteht aus einer Runde, sprich aus einem Spiel. Und es wird so sein, dass ihr Zuschauer schreiben könnt unten in die Kommentare Klasse zu Black Ops 2. Dann werde ich halt eure Kommentare einblenden. Daraus werde ich dann eine Klasse erstellen. Und in der nächsten Episode wäre dann die Klasse von, je nachdem wie eure Usernamen auf YouTube sind, xHoneyPorn, wie auch immer, werden da von diesen Leuten dann die Klasse hier online sein auf meinem Kanal. Und mit dieser Klasse zocken wir halt dann. Die Klassenauswahl ist eigentlich egal. Ihr müsst dann auch nicht als Zuschauer irgendwie die 10 Punkte hier vergeben. Ihr könnt auch nur 5 Punkte vergeben. Oder nur mit dem Messer, ohne Perks. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Diese Klasse werden wir halt dann verwenden. Wie gesagt, wir fangen jetzt einfach an mit Team Deathmatch mit 6 Leuten. Je nachdem wie das ankommt, kann man das auch ein bisschen weiten, indem man das bei Bodenangriff macht. Und dann mit vorgegebenen Klassen zocken muss. Aber erstmal fangen wir klein an. Und je nachdem wie es ankommt, bei euch Leute werden wir, oder werde ich das öfter machen auf meinem Kanal. Challenge Time mit Abonnenten. CMA kurz gesagt. Ja, dann würde ich sagen, ich denke mal ihr seid bereit, oder? Ja, ja. Perfekt. Okay, dann genau. Punkteserie noch hier ganz klasse. Strohner, Contogrono, Orbi. Das haben auch alle drinnen. Und ja, dann würde ich sagen, wir beschränken uns hauptsächlich nur auf die Klasse. Keiner nimmt irgendwelche Waffen aus. Es sei denn, man ist wirklich auf Streak hat, keine Munition mehr. Da darf man natürlich eine Waffe aufheben. Aber hauptsächlich sollte man sich auf die Klasse beschränken, die man jetzt hier gewählt hat. Darum geht es auch in der Serie. Ich starte dann jetzt eine Runde Team Deathmatch. Auf dem Map Stand-Off zocken wir jetzt hier Team Deathmatch mit dem vorgegebenen Klassen. Und dann schauen wir mal, wer das meiste Glück hat. Da sehe ich schon einen mit Sniper kommen. Ja, ich habe auch einen schon mit Sky Edge gesehen. Ja. Aber jetzt, ich laufe wieder und sehe einfach keinen. Ich sehe einfach keinen. Die müssen doch eigentlich gespawnen, oder sehe ich das? Das ist falsch. Ja, die spawnen sind wieder gewechselt, weil manche nicht so nahe den Spawn. Oh. Du sollst dahin gehen. Ja, ja. Nein. Von wo, von wo? Die kommen vom Haus in der Mitte. Oh, wie ein Held. Was hast du? Ja, Sniper im Spawn. Habt's auch gerade weg. Was? Von wo, von wo? Ich von da hinten. Aber die grauen Autos bei diesen riesigen Lasten. Kein Gegner, kein Einzug. Oh, ja. Oh, nein, nein. Mit MG hat der nicht. Mit MG hat der nicht. Mit MG hat der nicht. Er mit deiner Urlaubsaccount. Ach. Ja, ja, genau. Am wie sind da langlaufen, du wirst, Alter. Wow. Nein, verdammt, ich muss weg. Ihr bei der Tankstelle ist einer. Ich smack die mir vom Spawn. Ja, wenn du schaffst, der steht da und kämpft da mit seiner MG. Ja, ja, immer noch. Oh, genau. Was für ein Leck. Leckt sich springend nach vorne. Ich wusste, ja. Habt ihr den, der da kämpft? Weiß nicht. Ich geh mal hinten rum. Guck dich hin, leg dich hin, leg dich hin. Nein, oh mein Gott, ich hatte jemanden eingeladen. Ich war abgelenkt. Aber der leckt hier richtig. Oh, hinten ist auch noch einer. Ja, ja, der hat auch bei mir geleckt. Hat sich ja fast schon teleportiert, kann man sagen. Ja, ist so. Manche Leute hier sind verbildungstechnisch, leben die auf dem Mond. Oh mein Gott, hat er kassiert. Oh. Okay, dann bist du hinter uns wieder gleich weggekommen, hier. Ich krieg viele von der Realeber wohl bei. Oh, wir sind abgedenkt, die man lasst mich die ganze Zeit ein, Alter. Müssten wir da hinten links von beim Döner, bei der Dönerbude. Oh mein Gott, bei dem Traktor ist einer. Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Oh, ja, ja, ist einer hier. Bei der Hütte kommt einer gleich. Habt ihr den? Ja schön. Diese Runde finde ich so gut, wie keine Gehter. Nein, von oben, aus dem Haus, mittleren Haus. Ja, er hat 21 Schüsse geschluckt, dann wird der WhatsApp sein. Boah, wie. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na, YouTube. Sehr schön, sehr schön. Okay, nachladen hier. Ja, jetzt wollen die bei der Tankstelle. Oh Gott, da haben wir alles mit 9 aufbrochen. Da kann man sich ganz schütteln. Jetzt kommen die alle um die Ecke. Boah, nur das viele, Alter, die krieg ich nicht weg. Ja, das wird hier mit Mg. Ich will keine Gegner. Okay, die sind beide tot. Da habe ich spawnen da hinten. Ja, ja. Hättsglückchen, alle werden geklaut, das ist so uncool. Müssen wir über uns, nein. Oh. Oh, die schnelle Runde wieder gleich gewonnen. Oben, oben, oben. Oh. Nein, nein. Oh, nein. Da ging gerade der Obi weg und ich dachte, er läuft hinten links rein. Verdammt. Sogar H-Camp am spawnen. Aufpassen. Ja. Da sind wir da hinten links, dann müssen die auch wieder gleich hinten rechts spawnen. Kriegt er die? Ich werde gehackt. Oh Gott. Nein. Wieder einer mit was? Mg? Ja, mit Mg wahrscheinlich Zielsucher wieder. Mein Scheiße. Lieblingswache von allen Spielern. Jawoll. Wie sieht's aus? Ja, 2RKD. Ist ganz okay. Ja, Leute. Das war's von dem Start dieser Serie. Challenge Time mit Abonnenten. CMA, kurz gesagt. Und diese Klasse war natürlich sehr einfach jetzt. Aber ihr könnt in die Kommentare schreiben, andere Klassen. Wie gesagt, ihr müsst die 10 Punkten nicht verwenden. Und mit diesen Klassen, die ihr uns dann gebt, müssen wir gewinnen. Die Abonnenten sind natürlich immer random, also immer andere Abonnenten. Das ist jetzt kein fester Trupp hier, sondern jeder hat da die Chance, dann quasi von euch mitzumachen bei der Challenge Time mit Abonnenten. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir werden erstmal bei Team Deathmatch bleiben. Wie gesagt, uns auf Bodenkrieg. Später kann man sich auch noch spezialisieren, dass noch 3 Leute mehr mitmachen können von euch. Und dann würde ich sagen, das war's Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Mr. Adi. Haut rein und ciao.